hallo ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun freitag den 15 dezember 2023 damit natürlich auch den verfallstag und vorsicht freunde jetzt spannung drauf und zwar richtig kräftig schöner tag da wirklich wirklich schön gemacht das muss man ja sagen so oft wir auch über unseren dax na eigentlich ich schimpfe ja selten aber das hat er wirklich schön gemacht also darf man da eigentlich darf es keiner die dem hockanalyse von gestern anhören sonst könnte noch der gedanke aufkommen dass wir hier doch nicht einfach nur irgendwelche pattern aneinander legen sondern wirklich versuchen die zukunft vorher zu sehen weil das war schon selbst dran also hoch bis in die 69 17.000 um die shorts raus zu ballern dann dort eindrehen rote stundenkerze setzen hier drunter hauen unter die 7 25 drunter hauen grüne stundenkerze und wieder zurück in die erholung das war's das war genau das was man hier haben wollte und das war ja auch nicht einfach nur das ist ja das schöne es war ja auch nicht einfach nur ausgedacht habe ich mir nicht aus den fingern herbeigezogen das ist ja einfach nur und kann wo mich das donnerstagspattern was er hier halt wirklich mit bravour bedient hat und das hat er wirklich gut gemacht also da muss man sagen hut ab ich glaube aber wenn ich das so am feedback ableiten kann dass das viele gar nicht so richtig für sich genutzt haben ich weiß nicht warum aber so dieses typische ohr übelst geil martin ich gehe jetzt hier bei 7 25 raus mit short von 39 was er hier sind gemacht hätte das blieb heute auch ein bisschen aus dass die rückmeldung waren sehr verhalten was ich gekriegt habe von daher befürchtet es haben viele gar nicht so nutzen können aber er hat das trotzdem schön gemacht von daher belassen es wird einfach dabei hoffe der ein oder andere war trotzdem ein bisschen darauf vorbereitet auch eben dieses lange runter segeln dass das bis hier noch mal einen guten meter runter gehen kann wir haben auch im im premium dienst dann noch mal mehr rumgeschickt und noch mal gesagt also muss auch nicht bloß 7 25 der darf auch 7 10 6 70 machen und dann dann war es hier wirklich doch genau die 6 70 also es war ja also das war das war ja zu perfekt halt der donnerstag hat es rein vom ablauf her und falls jemand den tag wirklich so gehandelt bekommen hat wie er kam was ja möglich war weil es ein schöner ich sag mal vorhersehbarer verlauf war oder auch ein erwarteter verlauf und man da vielleicht sogar eine ober performance rein bekommen hat dann würde ich denjenigen raten das konto für dieses jahr zu schließen das als schönen letzten tag in erinnerung zu behalten und den ganzen geplabber was jetzt nach weihnachten kommt einfach zu klemmen nächstes jahr weiter zu machen und die performance die man bis hierher erreicht hat zu halten und mitzunehmen also das würde ich dann wirklich ans herz legen so wird es jetzt auch machen wenn hier ein größerer gewinn angefallen ist und punkte aber das war wirklich schön da also da jetzt noch mal irgendwo was hinten dran zu reihen was in der form an reihen kann glaube ich ist fast nicht möglich na wir müssen jetzt müssen gucken was man machen wir haben tag ist ein umkehrsignal bekommen also können vielleicht auch gleich mal reingucken tag hat ihr dickes umkehrsignal geworfen das ist definitiv ein potenzielles trendwende signal also diese tageskerze die darf als trend umkehrsignal gewertet werden wenn wir jetzt von hier unten gucken haben wir hier einen schönen antrieb in grün dann hier eine rücklaufphase drin wir haben hier noch mal einen grünen antrieb trainer dann hier noch mal einen rücklauf und jetzt hier noch mal komplett grün durchgezogen bis hier oben jetzt kippt er ein das sind nach welchen ihr könnt selber zählen fünf fällen bis nach oben also das kann auch durchaus das erste mal gewesen sein für dieses jahr alter und er haben wir sich jetzt hier irgendwie noch mal von oben aufs alte hoch drauf was ist das hier 16 35 vielleicht sogar hier auf diese alte gep zone die immer so ein bisschen im fokus war sind auch viele hoch sie unterstützen so der bereich um 16.000 also wäre jetzt nicht verwunderlich wenn er hier irgendwie in dem bereich zwischen bisschen zur ruhe liegt die nächsten tage vielleicht auch an den ganzen januar noch bin auf jeden fall sehr gespannt wie das weitergeht weil er muss um im trend weiterzukommen diese kerze jetzt rausnehmen müssen per tagesschluss über das hoch dieser kerze drüber dann wäre der trend wieder aktiviert und er könnte wieder go volle power aber von der signalstärke ist das definitiv hier ein so großes achtungszeichen dass ich glaube entweder ziehen sich jetzt wirklich alle vom markt zurück und lassen sie einfach nur noch machen die nächsten wochen das ist so einfach raus range komplett seitwärts ruhig wird auf dem niveau sich auch hier fest rennt vielleicht sogar ein bisschen tiefer ein bisschen auch runter kleckert oder er kommt halt jetzt wirklich noch mal ein paar meter zurück na und deswegen haben wir haben es heute auch noch mal im premium verteiler umgeschickt hütet euch davor na wir haben es auch gestern sogar in der analyse für für den für den nonnerstag vorhergesagt oder nicht vorhergesagt sondern vorhergesagt hütet euch davor wenn er dann anfängt zu fallen von 17.000 dass ihr dann plötzlich die ganze zeit lang wollt hütet euch davor hütet euch davor dann jetzt die ganze zeit in die roten kerzen die longs rein zu knallen sonst passiert euch runde zu dann das gleiche was euch hoch zu vielleicht mit short position passiert ist ja sondern jetzt heißt es ein bisschen aufmerksam sein gucken wohin geht jetzt die trendrichtung ja da bietet sich jetzt vielleicht mal ein rücklauf irgendwie so in dem bereich hier na könnt sogar mit dem bis zur 200 taglinie von hier zurücksetzen also diese tages kerze bietet das an das muss man so sagen das muss man so sagen ja was er jetzt daraus macht das seine sache ich denke es wird nicht so einfach werden wie es jetzt aussieht da wird bestimmt erst mal es ist einfach jetzt eine liquide zeit halt da ist die nächsten wochen sie sind wenn ich in den letzten jahren zurückgehen und manchmal ging da wirklich gar nichts es gab ja da war da ordentlich trubel aber das ist das trump jahre dem ist immer morgen was tolles noch eingefallen irgendwelche zölle rauszuhauen kurz vor weihnachten oder sowas das von dem kaliber haben wir momentan keine führungskräfte auf der welt die auf dem niveau unterwegs sind also das hat wirklich spaß gemacht was der kerl für für uns da präsentiert hat aber vielleicht kriegen wir nächstes jahr wir gucken mal für die bürze wäre es oder für die trailer wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt das hat auf jeden fall viel fitz gemacht mit dem freien für die perspektive hier aber aus tages schatten muss man jetzt hier wirklich akut sagen also rücklauf einplan also das kann jetzt hier wirklich paar meter zurückgehen 5 16 5 32 dies offene gap ist wahrscheinlich die aller und auch das alte hoch hier ich glaube das alte hoch war 5 28 ja genau 5 28 5 32 das gäbe ich denke das ist die zentrale allererste anlaufstelle die nach unten interessant werden dürfte also auch um zwei stunden chart wenn wir jetzt hier neue tiefs kriegen irgendwie rein in die 5 30 5 28 ich glaube das wäre das naheliegendste wir haben noch mal einen kleineren support im bereich um 600 herum und vielmehr ist jetzt auf der unterseite gar nicht zu benennen ja geht er dann tiefer auch unter diese 5 32 ist wie gesagt der bereich dann hier ganz interessant ist ihr seht ihr es auch noch ein offenes gäbe also dass dann hier so knapp und er da 2 85 drunter 2 50 oder sowas ist das dann hier 2 60 ich guck mal kurz schluss war ja 55 56 56 bis sogar runter auf bereich hier um 16 16 60 16 1000 das wären potenziale die man jetzt erstmal auf der unterseite direkt haben sicher nicht am freitag obwohl ich sag mal wenn er sich mühe gibt so eine 5 32 das wäre schon erreichbar dann könnte von dort erstmal wieder nach oben zurückzucken und dann irgendwie sich seitwärts rumfummeln soweit die untere perspektive unterschätzt aber nicht dass auch nach oben stoßen kann denn er ist ja bereits im rücklauf er hat er hier ich sag mal dass jetzt erst mal astrein bedient oder 17.000 dann 670 jetzt wieder zurück sollte jetzt nicht nach unten stress aufbauen am freitag sondern eher ruhig bleiben würde ich damit rechnen dass der sich noch mal nach oben zurückzieht nehmen wir so in dem bereich um 860 800 860 noch mal eingeht ja also irgendwie hier so reingeht und dann aber von hier auch die lust und kraft verliert und wieder ein bisschen zurück richtung 67 also ich würde sagen wenn er keinen stress auf nach unten aufbaut und wirklich weg klappt zum freitag dann wäre 5 32 ziel wenn er das aber nicht tut und er bleibt ruhig entspannt sollte bis 860 hochgehen könnte mir aber vorstellen dass er dort zum wochenschluss hin dann noch mal abge abverkauft wird richtung 67 und überraschen würde mich wenn sind komplett hoch ziehen und über 39 über 49 rausgehen lassen weil dann natürlich eine konter kerze für die tages kerze kommt die noch eine trendfortsetzung weiter in die 17.200 zulässt ja dann würde mich aber überraschen glaube ich eigentlich nicht damit weil das war das eine ordentliche ansage also das eine ordentliche ansage der kriegen jetzt einige händler auch ein bisschen maulkorb verpasst oder eine gesperrte tastatur begrenztere risiken da werden wir einige jetzt ein bisschen versuchen ihre jahres performance einfach zu schützen und sich und sich und sich ein bisschen neutral hinstellen ja dass sie sagen kommen auf die letzten meter kommt es auch nicht drauf an ziehen wir uns mal zurück war geil geile wochen jetzt hier seit november und dann fertig und ich denke eher fast dass er das ein bisschen kraft raus nimmt und zur ruhe geht es ist aber verfallstag deswegen gucken wir reinkommt und ich denke dann sieht man dass er wenn der stress macht haben unten raus unsere ziele 600 und 532 macht er keinen stress bleibt ruhig dann ruhig bis 860 800 wieder hoch lassen ok das dazu ich würde sagen webinar machen am sonntag dann zehn bis zwölf nicht bis zwölf diesmal kürzer da werden das nicht mit bei sparen wir ein paar minuten das liefern liefern wir dann auch nach und jo punkt thema aus schönes wochenende allen dann macht's hübsch und wie gesagt wer hier bis hier alles super gemacht hat alles richtig gemacht hat vielleicht auch den donnerstag noch super mitgenommen hat eine empfehlung im im herzen auch um die feiertage einfach in ruhe verbringen zu können vielleicht einfach auch trading depot sagen gut haken dran schön gelaufen schöne performance dieses jahr reinkriegt wenn es denn so ist ja und dann sagen kommt letzten zwei wochen versau ich mir hier nicht noch mal alles das nehme ich so mit und sowas ist immer ganz wichtig dass man das lernte die die guten die gute performance auch zu halten zu verteidigen wenn ich bis zu eurer letzten ridde versuchen irgendwas rein zu pressen und dann reißt es einem alles wieder ein und man ärgert sich hinten raus dass man doch weiter gemacht hat ja bescheiden sein zufrieden geben gut freunde also ich mache hier zu wünsche euch spaß und dann hören wir uns am sonntag wieder bis dahin tschüss